Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken Dax auf der Nintendo Switch. Ich bin von Neuer Gameplays als Hobby und wir sind beim letzten Video angekommen mit dem Wunsch Pokémon Darkrai von Tobias Balzer. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich dich zufriedenstellen konnte und dass du glücklich damit bist. Und ja, wir fangen direkt an wie soon den nächsten Kampf. Einer von den letzten dreien. Mal gucken, ob wir wenigstens nochmal einen Sieg reinholen. Oh. Aus Italien, der Francesco. Mit Knackrack. 357 Siege. Hui. Mit Knackrack ist nicht zu spaßen. Das weiß man, wenn man gegen mich kämpft. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Und wenn ich selber gegen Knackrack kämpfen muss, ist es eigentlich auf jeden Fall auch nicht leicht. Auch wenn ich seine Attacken kenne. Woops. Der hat ja kaum Leben verloren bis jetzt, ey. Unfassbar. Nein. Das war aber knapp, die erste Runde. Hätte ich auch gewinnen können. Oh, mein Auge hat gerade geübt. Nein, vielleicht kann man das Router noch umdrehen. Äh, rumreißen. Nein. Ich war ein Kick zu langsam. Nein. 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 Das habe ich verloren. Der haut mir jetzt alles weg. Schade. Nein. Schade. gerade. Aber gut, okay. Hey, zum Glück nur minus 13 Punkte. Das heißt, viel verloren haben wir zum Glück nicht. Wir sind Fähigkeitenstufe 40 geworden. Wobei das eigentlich ja keine große Rolle spielt, weil ich ja mit Dacal eigentlich nicht so wirklich spielen werde. So, der nächste Kampf. Wobei ich mir irgendwann mal zum Ziel gesetzt hatte, mal jedes Pokémon auf Level 100 zu kriegen hier. Der Wequad schon wieder aus Finnland. Wir go out of war wieder. Scheiße. Doch Abstiegsrundenkampf. Nein. Okay, Tobias Balser. Es tut mir leid. Falls ich jetzt gewinne, dann wird der letzte Kampf mit Dacal weiterhin kommen. Ansonsten wird der nächste Kampf wieder mit Knackrack sein, damit ich eben nicht absteige. Zumindest habe ich mit Knackrack mehr Chancen nicht abzusteigen. Oh, okay. Ugh. Schrei. Ach. Was ist das? $0. Oh, okay. 1 0 ok wenn es weiter so läuft du wärst bald da wirst den letzten kampf mit dacca noch sehen können ich habe eine nachricht bekommen kann ich jetzt aber leider nicht gucken ich habe eine nachrichtung ich habe eine nachrichtung Nein! Scheiße. Ich weiß einfach nicht, was ich für einen Tag machen soll. Manchmal reicht's, manchmal reicht's nicht. No. Okay. Wenn ich's mal einen, der ständig mal kontern will und blocken. Lass mir mal schütteln. Whoa. Nein. Nein. War's genug, war's genug. Ja. Hammer, das war jetzt gut. Uh, da kann man sich auch freuen. Ich hab den Abstiegskampf gewonnen. Ich steig nicht ab. Rangarmstieg vermieden, das find ich gut. Da fällt mir echt ein Darkrai vom Herzen. Sehr schön. Sogar Level 41 geworden. Ah, verteidigen noch ein bisschen hoch. Tupi erst mal als Herz. Herzlichen Glückwunsch. Du bist noch ein Teil sehen mit Darkrai. Und danke, lieber Kämpfer aus Finnland. Ich hab deinen Namen, äh, Ragnen oder sowas vergessen. Auf jeden Fall war ein guter Kampf. Diesmal hab ich allerdings gewonnen. So, wir suchen den letzten Kampf mit Darkrai. Und schauen, wer da kommt. Gegen wen ich kämpfen darf. Ninja aus Spanien mit Silvaru. 186 Siege. Okay. Mal schauen. In Neo City. Kopit 1, genau wie ich. Allerdings spielt er wahrscheinlich ein Pokémon, mit dem er gut klarkommt. Wir nehmen unseren Dicta. Round 1. Jacques. Abdul. Das war's für heute. Hahaha. Sehr schön. Na, was geht denn jetzt nur ab hier mit Darkrai? Okay, noch ist nix geritzt. Außer die Weltenrisse hier. Oh, scheiße. Er hat mich dann auch gedruckt. Hab ich dann auch aus, dass ich in anderen Knöpfe gedrückt. Zum Glück ist der war aber nicht so stark bei sowas. Nein. Okay, 1-1. Da läuft eine Runde gut, dann kann die nächste Video schon wieder schlechter werden hier. Aber noch ist nichts verloren. Schauen wir mal. Das war's für heute. 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 Und Darkrai hat Füße. Beziehungsweise sind Beine. Füße hat er wohl keine. Er hat eher Stelzen als Beine. Meine Güte. Sogar eine sehr gute Bewertung. Fünf Sterne. Wahnsinn. 100 Punkte plus. Ich bin überrascht. Nochmal ein Fähigkeitsstufe. Aufstieg. Der Aufstieg. Oh Gott, oh Gott. Meine Aussprache. Sehr schön. Tja, lieber Tobias Balzer. Lieber Abonnent. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Drei Videos mit Darkrai. Ich habe da den Wunsch erfüllt. Und, äh, gerade hier vom letzten Video kann ich sagen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe zwei Siege geholt mit Darkrai hier in diesem Video. Hab einen Abstieg sogar vermieden. Selber mit ihm. Also ich bin selber bin zufrieden. Ich hoffe, du auch. Und ich konnte dich hoffentlich glücklich machen damit. Okay. Wenn es dir oder beziehungsweise euch anderen Abonnenten oder anderen Gästen auf meiner Kanalseite gefallen hat, die dürften wir liebend gerne. Natürlich einen Daumen nach oben geben und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von Nöher Gameplay als Hobby. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zu einem anderen Let's Play oder hier wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.